da haben wir den jetzt nicht immer brauchen ich habe die Papiere und jetzt sie brauchen da oben ihre Ausrüstung aber sie müssen sie als Gepäck auf Handgepäck gibt es sie dürfen nicht auffallen du brauchst eine Rasur und einen neuen Haarschnett und eine Witze schlafen Gepäckstücke sichern, Sicherheitsbund und schließen zu erledigen und durchsteigen Nein, nein, nein Wenn sie auf dem Mond angekommen sind müssen sie ihre Ausrüstung aus dem Gepäckbereich holen und dann die Entschlüsselungskurve zu Okay, wir haben jetzt wieder 100 Rüstung und Nette Steuereinheit Willkommen auf dem Mond, wir sind aber schnell auf den Mond gekommen erst waren wir noch da unten und jetzt waren wir äh jetzt sind wir schon auf dem Mond aller krasses Pferd ja, das ist streng bewacht hier Sie kommen in der Mondbasis 1 ich bin Generalstrassen hoffe, dass Sie Ihren Aufenthalt genießen werden als Minister für besondere Forschung nun werden die Mond sogar das Unbekannte zu erforschen den Schneier der Ungewissheit zu lösen und die dunkelsten Geheimnisse des Universums zu enthüllen in dem Gedicht eines unbekannten Autors heißt es dunkel ist mein Herz das größte aller Geheimnisse das Universum ist unser Herz wir haben gerade erst begonnen seine Geheimnisse zu ergründen zusammen der mit der strahlend leuchtenden Flamme Germaniens der Galaxis okay, da kann man nicht lang das beginnt hier ja, ich habe Bock jetzt die ganze Zeit da stehen zu bleiben Glückwunsch zu ihrer Beförderung Sie haben vorgegabend schon nach ihm gemacht bitte gehen Sie durch das Röntgen hier bitte gehen Sie durch das Röntgen hier ich sehe da ein paar Ganadsblätter Anwenden an den Krieg wie ich vermute gut einen anderen Veteranen treffen einen produktiven Tag noch Mondbasis die Mondbasis ist ein ständig wechselnder Komplex der sowohl das Militär als auch Minenarbeiter, Industriearbeiter und Wissenschaftler beherberg und innerhalb von nur vier Jahren auf die Größe einer Kleinstadt aufgewachsen ist ok machen wir das mal wir gucken uns erstmal hier um hab ich gerade raus gesagt warum sollten wir jetzt noch wieder rein? äh raus salut salutierst du nicht oder was? müssen wir da rein? weiß ich nicht oh so jetzt haben wir 100 goldener Stock ok ey was da doch immer hier oben zu suchen hat ist das unsere Tasche? Karolina Anja hört mich hier mal oh alter Glaskovic können Sie mich hören wie ist Ihr Status? tja ich bin ja auf dem scheiß Mond was für ein Großmaus das geht was zu bleiben aus also Glaskovic das Ziel sind die Entschlüsselungscodes der Atomkanone im Kommandomodul um zum Kommandomodul zu gelangen brauchst du einen Raumanzug damit solltest du durch die automatischen Sicherheitssysteme kommen jawohl melden Sie sich sobald Sie einen Raumanzug haben wird erledigt die Raumanzüge werden bei der Luftschleuse aufbewahrt am besten gehst du zu den Mannschaftsquartieren und dann weiter durch die Labore meh rüstungsvermessung alles klar gut dass hier eingelaufen werden r m m r 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 Oh, Messer. Oh, er ist auf. Das ist gut. Wie was leer? Komische lustige Waffe. Ah, da können wir wieder aufladen. Der Scharfschützengewehrslaser. Okay. Bup, 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 bup. Hm. Ach, oben haben wir jetzt so solche sechs Dinger drauf. Alles klar. Die kann man doch bestimmt dann auch hier aufladen, oder? Ja, Limit erreicht. Also hier kann man... Entschuldigung. Kann man auch damit aufladen, aber ich bleib erstmal bei... Ja, bei der Kanone, weil die ist irgendwie effektiver, dann war schon... Von der anderen Seite, alles klar. Okay, machen wir. Ja, bitte. Das ist wieder los. Ja. Das ist ein Junge mit der Konsequenz. Wie machen wir das jetzt? Mit dem�de geschossen, dass wir das jetzt jetzt nicht nur nachher aufladen. Da geht das jetzt nicht. Ich weiß nicht, was wir. da ja der und der hat aber moment moment bevor wir gleich aufgehen jetzt aber kopfschuss und da machst du platz oder war wo kommst du da weg wo 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 amig esagernis los alter wo war der ich hab den ich hab den gesucht aber nicht gefunden heftig okay das kann man auch mal ein leuchter sieht das nicht könnte beim messern zwei geht das vielleicht leiser Na, was ist das? Na, was ist das? Oh. guck doch nicht immer rüber du blöder Sack das war jetzt ja Prozent gar nicht mehr so schlecht ist doch einiges ist ja ein ganzes Nest runter signal 29 Metern ok 30 ok ich bin auf der anderen Seite angelangt wo ich vorhin da war ok ok da oben ist eine Weste 100 sehr schön so hier oben haben wir schon mal gut ausgeschaltet so jetzt sind wir in so einem anderen Raum jetzt so jetzt sind wir in so einem anderen Raum jetzt hier ok haben wir voll hier unten schon wieder Signale ok nehmen wir mal Handgranate mit es gibt einen Wartungstunnel der die Mannschaftsquartiere mit den Laboren vermitteln wieder heraus und wir dort hinein konzentrieren ok 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 ok